Servus liebe Bull of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns den neuen saisonalen Affix von Mythic Plus in Season 2 an, denn der ist jetzt auf dem PTR auslesbar gewesen, sagen wir es mal so, und hat, wie ich finde, wieder ein paar ganz coole Mechanics, die letzten Endes prideful, also stolz, in nichts wirklich nachstehen. Also schauen wir erst mal rein. Wir haben den Affix noch ohne Namen, heißt Shadowlands Season 2 Affix, Defeat the Jailors Forces to gain cool powers. Heißt, wir werden wieder mal einen Mob haben oder mehrere, die wir umprügeln müssen. Das sind die Streitkräfte des Kerkermeisters. Und wenn wir das erledigt haben, bekommen wir coole Powers, also coole Kräfte. Wowhead schreibt noch dazu, dass höchstwahrscheinlich Anima-Kräfte eingesetzt werden, und zwar eben jene oder solche, wie sie auch in Torgast vorhanden sind, da sich ja auch der Raid-Encounter-Taragru dieser Mechanik bedient und wir eben mit dem Kerkermeister zu tun haben. Und der ist nun mal, ne, Torgast, ihr seht die Verbindung. Dementsprechend würde es schon Sinn machen, wir haben hier auch einige Anima-Powers, die schon am Start sind, die man auch kennt. Gesundheit vom Gegner stehlen, dass man einen Magie- oder Enrage-Effekt vom Gegner runternimmt, dass man Schattenschaden verursacht in Höhe des Schadens, den man selber bekommt. Und Main-Stat um 30% erhöht, aber man kann nicht mehr hüpfen, das ist zum Beispiel, wäre sehr krass für M+. Weniger Schaden, Physical, dafür mehr Magic-Damage. Man stößt ein Heulen aus, womit man Gegnern Schattenschaden zufügt. Immun gegen 4 und Stunts, dann haben wir hier Live-Leach. Dann haben wir 30% mehr Healing, wenn innerhalb von 5 Yards mindestens 2 Spieler sind. Damage genauso. Dann Leach um 100% erhöht für 20 Sekunden. Wenn ihr In-Fight seid, habt ihr 100% mehr Größe, macht 30% mehr Schaden und Healing. Und alle Spieler innerhalb von 2 Yards von euch werden weggenockt. Dann hier, eure Jumps sind stärker, 45% mehr Health, mehr Versa, mehr Crit, mehr Mastery. Mehr Crit, Damage und Healing. Mehr Haste, 90% weniger Damage aus AOE-Attacken. 100% mehr Rüstung, mehr Movement-Speed. Und jetzt machen wir auch noch den Rest. Komm, jetzt sind wir einmal dabei, da machen wir auch noch den Rest. Ihr könnt ein Gift ausstoßen, was Schaden macht. Und den Schaden, den ihr gegen das Ziel macht, um 25% erhöht. Hier auch ein Dot, der aufs Ziel angebracht wird. Da schlüpft dann eine Larve raus. Die kämpft dann für euch. 25% weniger Maschgie-Schaden, dafür 15% mehr Physical. 30% Movement-Speed für alle Verbündeten in der Nähe. Da könnt ihr eine Verstärkungszone kreieren. Wer das Ding einsammelt, macht 25% mehr Damage und Heilung und mehr Movement-Speed. Wenn ihr rennt, bekommt ihr 10% weniger Schaden und macht 10% mehr Damage. Und werdet um 5% eurer eigenen Gesundheit geheilt. Äh, was haben wir noch? Jedes Mal, wenn ihr attackiert werdet, erleidet euer Gegner Schaden. Unter 40% Gesundheit erleidet ihr 40% weniger Schaden, habt mehr Movement-Speed. 10% mehr Schaden. Dafür erhaltet ihr auch 10% mehr Schaden. Und wenn ihr sterbt, wird alles innerhalb von 10 Yards gestunnt. 20% Schild, beziehungsweise 20% eurer maximalen Gesundheitsschild. Das wird alle 30 Sekunden aufgefrischt. 15% mehr Main-Stat und ihr regeneriert 5% Gesundheit. Das wird dann dementsprechend noch mit eurem Int-Wert hochskaliert oder generell eurem Ausdauerwert. Wenn ihr in Fight seid, ähm, mobst ihr regelmäßig Kräfte von einem Verbündeten innerhalb von 5 Yards und dessen Schaden und Heilungen sind um 25% reduziert. Dafür eures um 50% erhöht. Und eure Attacken haben eine Chance, ähm, dass ihr wegfaded quasi, ähm, verblasst. Dass eure Bedrohung für 6 Sekunden reduziert. Und unter diesem Effekt macht ihr 50% mehr Krits. Also Kritschance um 50% erhöht. Klingt alles in allem ganz cool. Und dürfte auf jeden Fall für viel Abwechslung sorgen. Je nachdem, welchen Buffs man dann kriegt, wie oft diese Mobs vorhanden sein werden. Es dürfte wirklich für sehr, sehr spaßige Runs sorgen. Und in dem Sinne finde ich cool. Einmal. Und B. Man hat's ja so ein bisschen Sorgen gemacht, wenn, äh, Prideful nicht mehr da ist, dass die Runs dann schwerer werden, eben weil man diesen Buff nicht mehr hat. Aber das gleicht das hier so ein bisschen aus. Auch hier hat man dann wieder Buffs, die einen stärker machen. Und ich würde sagen, ähm, das ist eigentlich ziemlich cool. So ist jetzt halt die Frage, wie lange diese Buffs am Ende halten. Teilweise sind sie ja nur begrenzt. Aber sowas hier wie mit dem Obleron-Winde und so weiter hält das dann den ganzen Dungeon. Wir werden sehen, wie es ist. Aber meine erste Einschätzung sieht ganz cool aus. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Und damit bis zum nächsten Video. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020